Frankfurt, die gestrige Talfahrt an der Wall Street, wirkt sich auch auf den europäischen Finanzmarkt aus. Straßburg, das EU-Parlament diskutiert über die Erweiterung durch die Westbalkanstaaten. Und Berlin, die Koalitionsverhandlungen. Ja, sie laufen weiter. Wir hoffen natürlich auf Ergebnisse, vielleicht ja auch zwischendurch, aber auf jeden Fall um 23 Uhr in der Sendung der Tag.